Das geht gar nicht. Katastrophe! Herzlich willkommen zu diesem Video. An dieser Stelle ein kleines Update-Video. Ich denke, ich muss da mal ein bisschen weiter ausholen. Thema Motorenkauf, Gebrauchtmotoren, Neumotoren. Das ist alles so eine Sache. Ich weiß, ihr habt mir ganz viele Kleinanzeigen-Links geschickt. Im letzten Video haben wir ja festgestellt, der Motor ist wirklich nicht mehr zu retten. Hier das ganze Sammelsurium. Die Kurbelwelle hat es nämlich zerlegt. Hauptlagergasse, sei es drum, die ist vielleicht noch zu retten. Aber wenn es die Kurbelwelle hier zerlegt hat, macht es einfach keinen Sinn, hier neue Kurbelwelle und den Block hier irgendwie zu richten, weil der ist hier auch ordentlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Das ist allerhöchstens noch ein Beistelltisch. Heißt für mich, ja, neuer Motor. Gibt es natürlich diverse Kleinanzeigen, Links und Anzeigen und weiß ich nicht was. Da einen seriösen Verkäufer zu finden, ist leider etwas schwierig. Gerade die gewerblichen. Also ich habe da auch schon mit einigen Kontakt aufgenommen. Und ja, entweder hatten sie genau den Motor nicht auf Lager oder haben gesagt, vom E63 passt der da nicht rein. Also sie waren nicht gewillt, ein Geschäft mit mir abzuschließen. Und Preise kann ich euch ja auch mal so sagen. Also es fängt bei 5.000 Euro an. Das ist aber schon Discounterpreis. Das sind dann irgendwelche gewerblichen Anbieter, die zig Motoren liegen haben. Wo man natürlich auch eine Gewährleistung kriegt. Das darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Das ist natürlich auch alles schön und gut. Aber es war für mich einfach nicht der passende Motor drin. Und dann kam mein Vater um die Ecke und hat mir einen Link geschickt von... Jetzt kommt es auch. Wenn ich schon wieder so anfange, ne? Ihr habt den Titel ja auch schon wieder gelesen. Wenn ich es wieder so Revue passieren lasse, dann denke ich mir, Algo, was machst du da schon wieder? Aber egal. Mein Vater hat mir einen Link geschickt von einem Schweizer Ebay Link. Sprich Ebay Schweiz, Ebay.ch. Wo ein englischer Motor verkauft wird. Was macht Algo? Ist natürlich gespannt. Ich mag ja auch das Risiko. Das heißt, ich gehe da rauf. Der Motor. Standort UK. Irgendwo im tiefsten Norden von England. Ich blende euch jetzt auch mal ein paar Bilder ein, wie die Anzeige aussah. Es war eine Auktion ohne Mindestpreis. Also der hätte auch für einen Euro einfach weggehen können. Und ich habe da natürlich fleißig mitgeboten. Mir war natürlich ganz bewusst, dass durch den Brexit und so, dass Großbritannien halt nicht mehr in der EU ist. Es kommen Zoll und Steuern auf mich zu. Das war mir natürlich bewusst. Das habe ich in meine Kalkulation mit einfließen lassen. Nur das Angebot war halt dementsprechend gut, weil der Motor laut Anbieter wenig gelaufen hatte. Weil der Motor auch noch von einem Facelift war, von einem Modellpflegeauto 2013 und weil das Getriebe dabei war. Denn das Getriebe da hinten, was übrigens auch von der C-Klasse ist und nicht vom 221, wie ich dachte, weil die Getriebewanne vom 221 ist, also von der S-Klasse. Ihr seht hier, 204, das ist ein C-Klasse Getriebe. Da weiß ich halt nicht, ob das funktioniert. Und dann dachte ich mir, zwei Fliegen mit einer Klappe kommen, Eikoschlag zu, kaufst du das. So, sprich Motor plus Getriebe, Komplettpaket, Modellpflege, schon mit den Plastikventildeckeln, neue Kopfschrauben, also die geupdateten. Ja, so, habe ich fleißig mitgeboten, mitgeboten. Ich zeige euch jetzt auch einmal eine kleine Screenshot-Aufnahme. Mein Höchstgebot war zu dem Zeitpunkt 4.000 Pfund, sprich 5.000 und ein paar zerquetschte Euro. Das war halt auch das Maximalgebot. Das heißt, es hätte einfach nur jemand 4.000 und 1 Pfund bieten müssen und er hätte den Motor. Und dann dachte ich, ich muss den Motor haben, ich war da auch richtig im Kaufrausch, im Bieterrausch. Wollte ich die ganze Zeit auf 5.500 Euro oder so erhöhen oder 5.500 Pfund. Das hat einfach nicht funktioniert, weil da stand, der Verkäufer akzeptiert das Gebot nicht oder so. Falls ihr damit irgendwelche Erfahrungen habt, schreibt das gerne mal unten rein. Auf jeden Fall habe ich das immer weiter versucht und zum Glück war das Höchstgebot bei 4.000 Pfund. Dadurch habe ich dann die Auktion gewonnen. Und jetzt ist die Frage, wurde ich da schon wieder übers Ohr gehauen? Das ist ja hier auf meinem Kanal nicht das erste Mal, dass ich solche komischen Geschäfte gemacht habe. Ich sage da nur Maserati-Kauf und so. Da habe ich auch mal einfach auf blauen Dunst Geld überwiesen. Naja, auf jeden Fall habe ich mich natürlich dazu entschlossen, das Geld per PayPal zu senden. Das heißt, ich habe einmal eBay als Sicherheit und natürlich PayPal mit dem Käuferschutz. Also wenn ihr irgendwelche Erfahrungen habt, was solche Summen auch angeht, weil ich habe jetzt einfach mehr oder weniger auf blauen Dunst 5.000 Euro da überwiesen in ein Nicht-EU-Land. Ich finde, das ist schon ein gewisses Risiko. Da wäre jetzt mal gut zu wissen, ob ihr da irgendwelche Erfahrungen habt, weil so wie ich das nachgelesen habe, kriegt der Verkäufer das Geld erst gut geschrieben, wenn der Artikel auch hier ist. Und da werde ich ihn natürlich gleich prüfen, den Motor, wenn er denn irgendwann kommen sollte. Und ja, dann war natürlich auch so ein bisschen komisch. Ich gehe hier schon wieder meine Watschelrunde. Naja, da war natürlich auch wieder die Kommunikation sehr eingeschränkt, sehr komisch mit dem Verkäufer. Ich habe dann geschrieben bzw. ich habe gleich nach Auktionsende von ihm eine Nachricht erhalten. Hey, when do you pay? Also auch auf komischem, gebrochenem Englisch. Wann zahlst du denn? So, und dann dachte ich, okay, er will anscheinend sofort Zahlungen haben. Gut, Paypal Käuferschutz kann ich ja eigentlich nicht verlieren, dachte ich mir zumindest. Schickst du das Geld gleich? Und dann hat er gleich geschrieben, warum hast du denn schon gezahlt? Was soll denn das? Jetzt musst du ganz viel Steuern zahlen und so. Seiner Meinung nach hätte man das irgendwie anders lösen können. Und da wurde ich schon so ein bisschen stutzig. So, Gott, nicht, dass der irgendwie Überweisung haben wollte oder mich irgendwie abziehen wollte. Auf gut Deutsch gesagt. Dann meinte er, ja, jetzt muss ich ganz viele Steuern zahlen und wenn das dann hier in Deutschland eintrifft, Umsatzsteuer, Einfuhrumsatzsteuer, bla bla bla, meinte ich ja. Aber gut, ich bin hier auch geschäftlich unterwegs. Ich habe hier auch mein Unternehmen. Das heißt, für mich geht nur die offizielle Lösung. So, die Einfuhrumsatzsteuer und so weiter, die ist ja auch vorsteuerabzugsberechtigt, keine Ahnung. Ich bin kein Steuerberater. Naja, auf jeden Fall war das dann so ein wildes Hin und Her. Und ich so, ja, wann verschickst du denn den Motor, wann verschickst du den denn? Und er so, ja, ja, wir müssen noch ein paar Papiere klären und so weiter. Ja, und das ist auch schon Standpunkt jetzt. Er meinte irgendwie, dass er jetzt in 14 Tagen hier in Deutschland ankommen soll. Ja, ich, keine Ahnung. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich mich so richtig da verhalten soll. Ich warte jetzt einfach ab. Ich habe natürlich auch die ganze Zeit im Hinterkopf für euch, dass der Content so einen gewissen roten Faden haben soll. Und wenn ich jetzt natürlich irgendwie einen Monat auf den Motor warten muss, dann ist das natürlich auch nicht so gut. Jetzt sagt ihr, ja komm, dann hättest du ja einen aus Deutschland holen sollen. Aber ich bin natürlich auch ein Fuchs irgendwie. Ich versuche natürlich das irgendwie halbwegs wirtschaftlich zu gestalten. Und ich kann euch im Vertrauen sagen, unter uns 100.000 jetzt, dass das Ganze alles andere als wirtschaftlich ist. Das ist echt, da ist Hopf und Malz verloren. Kann ich euch so sagen. Ich habe das auch echt, ja, ich weiß ich nicht. Warum habe ich das gemacht? Keine Ahnung. Ich dachte einfach, vielleicht ist es ja eine Kleinigkeit mit dem Motor. Vielleicht kann man ja irgendwas da machen mit dem Motor. Aber dass der jetzt so fritte ist, damit hätte ich rechnen müssen. Wenn es richtig gut kommt, ich werde am Ende des ganzen Projekts natürlich auch eine Kostenaufstellung machen. Wenn es richtig gut kommt, dann kann ich hier mit Plus Minus Null rausgehen. Naja, auf jeden Fall ist das jetzt aktueller Stand. Ich warte auf den Motor. Ich hoffe, das Video war jetzt so ein bisschen aufschlussreich für euch. Ich wollte eigentlich jetzt hier am Wochenende ein anderes Video machen. Jetzt ist es halt leider nur ein Update-Video geworden. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da. Lasst mich auch gerne wissen, ob ihr irgendwie Erfahrungen mit solchen Käufen über Ebay mit Paypal habt. Ob man da, ob man da gewisse Sicherheiten hat. Wenn jetzt hier zum Beispiel, weiß ich nicht, der Motor in zwei Teilen ankommt und komplett beschädigt ist. Sei es durch Transport oder sei es durch Verarschung. Wollen wir es mal so sagen. Wenn er jetzt kaputt ankommt, ob man da irgendwelche Rückgaberechte hat. Das ist natürlich dann auch schwierig, weil da muss ich mich ja quasi um den Rückversand des Motors kümmern. Das ist auch nicht so einfach. Ich bin mega gespannt. Es ist das erste Mal, dass ich überhaupt einen Motor gekauft habe. Ich weiß noch, dass bei Boberg damals, der hatte ja einen Motorschan an seiner C-Klasse, also an seiner E-Klasse bei dem Taxi. Und das war wirklich sehr schwierig. Also der hatte da dann irgendwo in Polen eingefunden und der sollte geliefert werden. Und dann Barzahlung bei Anlieferungen. Der Motor ist nie gekommen. Also das ist echt, es ist echt schwierig. Man könnte da glatt von irgendeiner Motormafia reden, die sich da irgendwie die Taschen voll macht. Ich hoffe einfach nur inständig, dass dieser Motor kommt. Wenn ja, war das wirklich ein mega Deal. Ihr habt ja den Preis gesehen. Das wären jetzt 5000 und ein paar zerquetschte Euro inklusive Versand. Plus Einfuhrumsatz plus Zoll sind das Summa summarum sagen wir mal 7000 Euro. Je nachdem, was er jetzt da für eine Rechnung beigelegt hat, wie viel Steuern ich da am Ende zahlen muss. Das bleibt natürlich noch aus. Aber für 7000 Euro ein 2013er C63 Motor, der läuft. Vorausgesetzt. Plus ein MCT Getriebe. Ja, das ist ja der nächste Punkt. Den hatte ich ganz vergessen. Da ist ein MCT Getriebe, weil es ja ein Modellpflege Modell ist. Ein MCT Getriebe. Das ist noch das alte 7G Tronic. Sprich mit Wandler. Und das MCT Getriebe hat hier einfach eine Nassanfahrkupplung anstatt des Wandlers. Da auch gerne mal. Das ist wirklich sehr wichtig. Falls jemand damit irgendwie Erfahrung hatte, ein MCT Getriebe in einen Vor-Facelift reinzusetzen. Ob das so Plug & Play funktioniert. Ob man da irgendwas codieren muss. Oder ob das vielleicht gar nicht geht. Werde ich dann sehen. Aber scheut euch nicht. Schreibt das gerne mal rein. Generell kommentiert gerne mal. Ich finde das macht ja eine Community aus. Kommt ja auch von Kommunikation. Ja, da bin ich mal gespannt, ob das Plug & Play passt mit dem Getriebe. Ja, es ist echt. Also ihr merkt es vielleicht auch. Es ist so ein Stimmungshoch und Tief. Es ist viel auf andere angewiesen sein. Es geht um viel Geld auch. Also 7000 Euro kann ich mir auch nicht mal eben aus der Rippe ziehen. Alles für den Content. Alles für den Dackel. Alles für den Club. Ich hoffe, ihr hattet jetzt eine schöne Zeit, mich hier beim Philosophieren zu beobachten. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich, wenn der Motor ankommt. Ich gehe jetzt erstmal mit Bobbel auf Reisen mit dem guten alten Boberg. Lassen wir uns das mal ein bisschen gut gehen. Und danach kommt hoffentlich der Motor an. Beziehungsweise ich muss ihn ja erstmal beim Zoll abholen. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt. Bis zum nächsten Mal, euer iCopy. Macht's gut. Hau da rein. Ciao. Ciao.